Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir hatten vor zwei Wochen viel Spaß mit Wald, der Kesselstein und seiner Kneipe hier in Travers Rest. Und weil das so war, weil das so viel Laune gemacht hat, setzen wir das Ganze fort. Und zwar heute ab 20.30 Uhr hat die Kneipe wieder geöffnet und ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei und habt Lust mit mir, das Ganze hier weiter zu treiben. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht sogar, indem wir einen Pensionsbetrieb noch aufmachen können. Aber erstmal heißt es Bierbrauen, mehr unterschiedliche Sorten, bessere Sorten, schönes Essen kochen und so weiter, alles was dazu gehört. Ich komme mit der Einladung recht spät. Der Grund ist, ich hatte beim letzten Stream Internetprobleme, aber inzwischen habe ich seit gestern einen neuen Router von der Telekom bekommen. Der läuft bis jetzt stabil. Ich bin also voller Hoffnung, dass das auch heute Abend noch so ist und dass wir also unbeschwert in dieser Hinsicht zumindest diesen Stream genießen können. Also, wir sehen uns 20.30 Uhr. Bis dahin macht's gut, euer Steinball.